Ihr seid scheiße! Was habt ihr für Ranks, Alter? Glamov. Glamo Global. Glamo Global, sorry. Ja, genau im Traum. Nein, du Pieske. Ja, adde mal ne Main. Ja, genau. Warum spielst du dann nicht mit deinem Global Account, wenn du doch so geilen Rang hast? Smoke. Leading down smoke. Growing smoke. Throwing flashbang. Fire in the wall! Moving fire. Mitbomper. Mitbomper. Incendiary. Throwing grenade. Throwing smoke. Flashbang. Flashbang. Netherflash. Deploying flashbang. 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 Hold this position. Last middle. Come on blue, I boost you. Cover this area. Terrorists win. Flashbang. Brosh controlar. Gun, command. Normalfi. Flashbang. Kannst du bitte am Anfang die Mitte, Stadne smoke, Ne Monotov werfen sonst pushen sie ihm vielleicht. Man. Noin, du Pieske. Asthma. Ver farewell. das ist an dieser Frage, so stressig. Bist du okay? Ja, Fissel. Wie er gleich so reagiert, ist komisch. Nein, du piffke. Total genervt. Noch nicht zwei Wörter geredet mit dem Typ. Ist Toxic. Ja, zu Beginn ist Toxic. Nein, nein du piffke. Na, der Kord lieber auch aus. Komm, wir haben ja ne Karte. Ich bin da weg. Ne Karte. Aber natürlich wieder an mir. Die Leute, die sind Toxic. Da haben wir noch einer. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip von Kornes nicht verstanden hast. Aber du brauchst mir nicht callen, was ich selbst sehe. Sondern das, was du siehst und ich nicht sehen kann. Was? Weil er mir gecallt hat, dass da noch einer ist. Das ist TS-Lack. Ey, und jetzt schießt er mich an da einfach so. Kam im TS nicht an. Genau, jetzt schießt er mich einfach an. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Highway. Und der ist DMG, der Tipp. Ich nehme das Spiel richtig erst. Ich nehme das Spiel richtig erst. Oh nice, Smoke. Da können sie natürlich nicht durchpushen. Ach du. Welchen Rang hast du? Kannst du bitte am Anfang in die Mitte statt ne Smoke ne Monotov werfen, sonst pushen sie vielleicht. Der hat gerade wieder das gemacht, was ich vorhin gesagt habe, du bist nicht mehr. Es ist B. Es ist A, ich meine. One toxic. Flashbang. Incendiary out. Die Mitte, wie kann das sein? Callen. Ich meine je. Schneller, schneller. Flushbang. Ja, guten Schnitzel. Ich glaubst du, ich trau' in dich. Ups. Strikner Feederlein. Und schön rasiert hier. Und von bitter keine Calls gekommen, so ne blauen. Nice Mitte. Schön, super. Ja, nice blau. Dass er Calls bringt, dass auf B leer ist. Ja, Call halt, dass du nicht Mitte gehst. Keine Ahnung, was du von mir willst, Alter. Ich bin nur auf B rotated, weil der Call nicht kam und ich gesehen habe auf der Karte, dass dein blauer Maid gestorben ist und er nicht informiert. Halt dort deine Schnauze jetzt. Das juckt keinen. Natürlich juckt's, weil dein Freund sich ja grad mit mich kritisiert wegen der Mitte. Oh ja, wir outen sollen doch morgen. Das ist der Lowering des Hasses. Chill. Hey, das sagst du mir. Du kritisierst doch grad mich, dass keiner in der Mitte war. Du warst doch in der Mitte gestanden. Du sollst chillen. Chill du mal, Junge. Halt's Maul. Halt's Maul, du Pfiffke. Fucking Nazi. Du bist jetzt hiltet, Alter. Du willst du starten World War 3? Du kritisierst mich und haltest dann vor, dass ich darauf reagiere. Ja, du machst halt genau das selbe, du kannst halt auch nichts, Alter. Ja, was hätte ich denn callen sollen? Dass du bist. Stärke bitte, komm. Dazu hätte der B erstmal callen müssen. Hättest du auf der Karte doch geguckt. Hättest du das gesehen? Halt deine Schnauze. Deine Stimme ist so nervig. Deine Stimme ist nervig. Halt's Maul, du Pfiffke. Ihr seid scheiße. Was habt ihr für Ranks, Alter? Glamov. Glamov Global. Glamov Global, sorry. Ja, genau im Traum. Nein, du Pfiffke. Ja, Adam in der Main. Ja, genau. Warum spielst du dann nicht mit deinem Global Account, wenn du doch so geilen Rang hast? Damit du dem einen... Ja, ne, genau, weil du ein Noob bist, weil du das nicht kannst. Und deswegen. Okay. Weil sonst... Warum spielt man sonst mit nem Scheiß-Murfs? Du bist so lustig, Alter. Der Fack. Weil die hat einfach abends mal chillen wählt, Alter. Es gibt keinen Sinn. Nee, das gibt wirklich keinen Sinn, Alter. Scheiße. Ich hab den geilen Rang, aber sorry, ja, nicht auf dem Account, auf einem der fünf anderen. Aber ich bin natürlich dieser Rang. Aber spielen mit denen kann ich nicht, weil sonst könnte ich ja nicht mithalten, sonst wär ich ja nicht gut. Aber ich bin dieser Rang. Sie können doch jetzt... Und Calls kriegt man ja aus der Karte raus, da brauchen wir ja kein Team und kein Teamspeak und kein äh... Voicechat. Dann haltet eure Fresse, ihr Wichser. Ihr gepuselten Appen. Ich bin verdammt. Warum schreitst du immer so? Wie Hitler? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin sehr sorry. Er sagt mir, äh... Er ist global, ja? Der Mann ist global. Er ist global. Ich... Ich... Ich äter dich. Nee, brauchst du nicht. Ich will dich gar nicht mehr hören, mute mich. Hä? Das gibt kein Sinn. Mute mich, mute dich, bitte. Schnauze jetzt. Haha. Ihr Affen. Ich will dich nicht hören, mute mich. Deploying Flashbang. Die Bombe ist... Nein. Ja, der Global saves das. Die wissen alles, die können das. Ja? Die Smurfen nur, weil sie ja sonst nichts treffen würden. Der Real Global ist nie. Ich würde sagen, mach das ruhig. Wir Smurfen, damit unser Maid eingeregt wird. Das ist so schlimm. Und schon wieder, äh... Angefragt. Das ist natürlich auch normal, genau. So einen... So einen supportet ihr. Gezickt. 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 Come on, go. Kannst du mal First Pick machen? Na cool. Gez technisch Zeit für dich. Be Alderman... Dewatt. Es war allerdings kein Geld hier. Wo ist das? Weg-immer. Auf sich! Weg-immer. Danke! Danke! Nicht schlecht, nicht schlecht Ja genau, jetzt hat er schon wieder zufällig Wara geflasht und hat mich schon wieder zufällig angehüllt Nein! Kannst du nicht auf allem rumheulen Wenn Jungs aber dich anhält oder nicht Am Anfang ne Runde ist es Dump aber Sideway am Ende Ähm Habe auf zu flashen jetzt Go win guys Hehehe Chill Auch ins Video rein Vom TeamSpeak habe ich mich jetzt aufgebunt They coming to attack the bomb Green, where are you? Ja The guy's fragged me I kick him from the TeamSpeak He's coming to my TeamSpeak Nice Beruh dir mal mourn Mike Ja Ich halte mich jetzt Er ist manchmal Ok Ich sag mich Und schon wieder hat er mich getötet Das war ganz auszimmer, du lügst noch. Er ist nicht immer so. Ja Junge, es gibt 32 Fracks. Das booste ich auch. Sorry. Man hört schon aus deiner Stimme raus, dass du ein fettes Kind bist. So über 100 Kilo hast. Nice intake. Bockt. Please. Bis dort blöndes. Bis dort blöndes. Bist du bist denn du so? Anti? Genau. Wer ist... Ich bin der Anti. Ihr kommt und fragt mich, tötet mich. Wenn ich sag, bitte smoke die Mittel nicht, sondern schmeiß ne Monotops. Bist du gestresst? Ja genau. Ich hab alles auf Video aufgenommen, Kollege. Das beweist ja, wer wo gestresst ist. Ja. Ja okay. Ja okay. Das ist jetzt eine Anklage oder was? Wer schaut dir dann auf Youtube zu, Alter. Das... Ne. Die lachen doch alle nur. Please stop. Aha. Wer ist so gestresst? Das geht so nicht. Warst du flasht? Ja war auch für mich nur flasht zu neifen. Ja so geht es. Wäi! Breed please! I pushed! Fuck man! Woh! Mann. Please stop. Rill.